Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem YouTube-Kanal des DAIS Lehrstuhls an der Heinrich-Heine-Universität. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema wissenschaftliche Politikberatung. Erreicht der Rat von Ökonomen, Politik und Öffentlichkeit? Dabei gehen wir auf die Fragen ein, wie es aktuell in der Politikberatung aussieht, welche Probleme es gibt und was verbessert werden kann. Wissenschaftliche Politikberatung kann im politischen Alltag, aber auch in besonderen Zeiten, wie zum Beispiel der Corona-Krise, einen Beitrag zur Entscheidungsfindung leisten. Ein bereits existierendes Gremium zur wissenschaftlichen Politikberatung ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der Sachverständigenrat wurde 1963 mit dem Ziel eingeführt, ein unabhängiges Beratergremium darzustellen. Er besteht in der Regel aus fünf Mitgliedern und wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende aus seiner Mitte. Aktuell hat der Rat nur vier Mitglieder, da der ehemalige Vorsitzende Lars Feld nach seiner Amtszeit ausschied und bisher kein neues Mitglied gefunden wurde. Die Ratsmitglieder werden von der Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt. Voraussetzungen, um in den Rat zu kommen, sind besondere Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften und besonders in der Volkswirtschaftslehre. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Seine Funktion ist es, die gesamtwirtschaftliche Lage, die wirtschaftliche Entwicklung sowie mögliche Fehlentwicklungen darzustellen. Darüber hinaus überlegt sich der Rat mögliche präventive Maßnahmen, um Fehlentwicklungen vorzubeugen. Bezieht das Gremium die drei Aspekte Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit in seine Betrachtung mit ein. Der Rat erstellt immerzu Mitte November einen Jahresbericht. Seit 2014 wird außerdem noch eine Konjunkturprognose erstellt. Sind Gutachten zu speziellen Themen gewünscht, kann der Rat Sondergutachten anfertigen. Wenn wir nach wissenschaftlichen Beratergremien außerhalb von Deutschland schauen, finden wir zum Beispiel den Council of Economic Advisors in den USA. Dieses Gremium wurde 1946 eingeführt. Seine Mitglieder werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats ernannt. Das Council of Economic Advisors ist in das Executive Office des Präsidenten integriert und somit deutlich näher an der Regierung angesiedelt als der Sachverständigenrat in Deutschland. Dadurch ist das Beratergremium in den USA deutlich kontinuierlicher Beraten tätig. Fraglich ist, ob die wissenschaftliche Objektivität möglicherweise durch die Regierungsnähe ein wenig geringer ist. Dennoch begründet auch der Council of Economic Advisors seine Handlungsempfehlung auf wissenschaftlicher Forschung und empirischen Auswertung. Nun schauen wir uns wissenschaftliche Politikberatung außerhalb der festen Gremien an. Neben der Heinrich-Heine-Universität haben sich auch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, EconWatch, der Fachverlag Elsevier, der FAZ, das Leibniz Informationszentrum Wirtschaft sowie Mediatenor International mit dem Thema Ökonomen in Politik und Öffentlichkeit beschäftigt. Sie führten dazu eine Untersuchung durch, in der vier verschiedene Rankings von Ökonominnen und Ökonomen erstellt wurden, in den Bereichen Forschung, Medien, Politik und Gesamt. Ziel war es herauszufinden, welche Ökonominnen und Ökonomen in welchem Bereich am meisten Gehör fanden. Beim Forschungsranking wurde der sogenannte H-Index gebildet. Hierbei werden die Anzahl der Publikationen eines Ökonomen oder einer Ökonomin berücksichtigt und außerdem wie häufig seine oder ihre Arbeit zitiert wurde. Beispielsweise ergeben 20 Publikationen mit jeweils 20 Zitationen ein H-Index von 20. Beim Medienranking wurde geschaut, wie oft Einschätzungen von einzelnen Ökonominnen und Ökonomen in den Medien wiedergegeben wurden. In überregionalen Zeitungen mussten dafür mindestens fünf Zeilen in einem Artikel verwendet werden, damit die Einschätzung gezählt wurde. Außerdem wurden Erwähnungen in Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sowie im Deutschlandfunk gezählt. Das Politikranking wurde mithilfe einer Befragung von Bundestagsabgeordneten und Mitarbeitenden von Ministerien gebildet. Den Teilnehmenden wurde unter anderem folgende Frage gestellt. Den Rat oder die Publikation welcher Ökonomen schätzen sie am meisten für ihre Arbeit? Das Gesamtranking wurde dann mit einer Gewichtung erstellt. 50% Gewichtung für das Forschungsranking, 25% für das Medien und 25% für das Politikranking. Beim Forschungsranking ist besonders die Häufigkeit von Universitätsmitgliedern auffällig. Anders sieht es beim Medienranking aus. Hier sehen wir besonders viele Wissenschaftler von Instituten wie zum Beispiel Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut. Außerdem sind Bankenvolkswirte wie zum Beispiel Jörg Krämer von der Commerzbank im Medienranking häufig vertreten. Im letzten Teilranking, der Politik, sind ebenfalls aus dem Medien bekannte Wissenschaftler und Spezialisten zu finden. Im Gesamtranking sehen wir Lars Feld, den ehemaligen Vorsitzenden des Sachverständigenrats, ganz an der Spitze. Hans-Werner Sinn, der im Medienranking und Politikranking Platz 1 belegte, kommt zum Gesamtranking aufgrund der Gewichtung nur auf Platz 5. Insgesamt ist auffällig, dass im Medien, Politik und Gesamtranking nur wenige Universitätsmitglieder vertreten sind. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass zum Beispiel Universitätsprofessorinnen und Professoren neben Forschung und Lehre weniger Zeit und Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit haben als Institutsmitglieder und Bankenvolkswirte. Interessant ist nicht nur zu sehen, welche Ökonominnen und Ökonomen am bekanntesten sind, sondern auch wie häufig ihr Rat generell in Betracht gezogen wird. Bei der Befragung von Bundestagsabgeordneten und Mitarbeitenden aus Ministerien wurde die Frage gestellt, wie häufig im Monat die Teilnehmenden ökonomische Fachpublikationen oder anderen Rat von Ökonominnen und Ökonomen für ihre Arbeit nutzen. Etwa ein Drittel gab an, gar keinen Rat zu nutzen. Ein Drittel nutzt den Rat von Ökonominnen und Ökonomen ein bis vier Mal im Monat. Etwa ein Drittel gab an, gar keinen Rat zu nutzen. Ein Drittel nutzt den Rat von Ökonominnen und Ökonomen ein bis vier Mal im Monat und nur knapp 20 Prozent fünf bis acht Mal im Monat. Keine 10 Prozent greifen häufiger als acht Mal im Monat auf den Rat von Ökonominnen und Ökonomen zurück. Wichtig zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht alle der 180 Antwortenden bei dieser Frage ständig ökonomische Entscheidungen treffen müssen, sondern auch in anderen Bereichen tätig sein können. Bei der Befragung durch die HHU und das Leibniz Informationszentrum Wirtschaft wurde außerdem ermittelt, welche Kommunikationskanäle den Befragten besonders wichtig sind. Als besonders hilfreich empfanden viele Befragte die persönliche Kommunikation und Expertengutachten. Besonders auffällig ist, dass 69 Prozent der Befragten Social Media und Blogs als nicht hilfreich empfanden, auch wenn die dort verbreiteten Inhalte von Expertinnen und Experten stammen. Mögliche Ursachen könnten sein, dass ein Teil der Befragten aufgrund ihres Alters nicht mit Social Media sehr vertraut sind oder aber auch, dass Social Media auf viele keine seriöse Wirkung hat, selbst wenn die Inhalte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stammen. Gesamt gesehen lässt sich festhalten, dass der Rat von Ökonominnen und Ökonomen zu Politik und Öffentlichkeit durchdringt. Das Ausmaß ist jedoch nur sehr gering. Viele der Befragten konnten oder wollten keine Ökonominnen oder keinen Ökonomen beziehungsweise keine Publikation nennen. Wie Media Tenor International zeigen konnte, sind nur zwei bis vier Prozent der Aussagen zu wirtschaftspolitischen Themen in sichtbaren Quellen von Ökonominnen und Ökonominnen. Möglich ist ein indirekter Einfluss über die Lehre auf Studierende. Dies wurde jedoch noch nicht empirisch untersucht. Nun schauen wir uns einige Problematiken im Zusammenhang mit wirtschaftswissenschaftlicher Politikberatung an. Bemängelt wird beispielsweise von Kuo Watanabe in einem Working Paper, dass es aktuell in der Politikberatung eher zu viele Lobbyisten und zu wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt. Die Maxime der Objektivität kann während der Politikberatung außerdem in Konflikt mit den Interessen der Politikerinnen und Politiker geraten. Wichtig ist zu erwähnen, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein gewisses Eigeninteresse und eine eigene politische Haltung mitbringen können. Engagiert zum Beispiel ein Politiker ein Wissenschaftler, damit dieser mit Hilfe eines Gutachtens Stellung zu einem Thema bezieht, darf die Möglichkeit nicht außer Acht gelassen werden, dass der Wissenschaftler das Gutachten im Interesse des Politikers ausrichten kann. Verschiedene Wissenschaftler, unter anderem Frank Münich von der Universität Münster, sehen als ein weiteres Problem Modellhaftigkeit und Praktikabilität. In der Volkswirtschaftslehre wird häufig mit Modellen gearbeitet, die große Zusammenhänge unter Nebenannahmen beleuchten wollen. Im politischen Alltag sind diese Modelle bei ganz konkreten Fragestellungen jedoch häufig schwierig anzuwenden, da sie zu abstrakt und zu wenig spezifisch sind. Außerdem kann es dazu kommen, dass sich Politikerinnen und Politiker zeitnahe Lösungen bei tagesaktuellen Problemen wünschen. Die Wissenschaft benötigt jedoch in der Regel Zeit, um fundierte Aussagen treffen zu können. Hier kann es zu Konflikten kommen. Nach Münich ist zuletzt wichtig zu erwähnen, dass es der wissenschaftlichen Politikberatung im Großen und Ganzen noch an demokratischer Legitimation fehlt. Genau diese demokratische Legitimation ist ein guter Ansatz zur Verbesserung der aktuellen Situation. Außerdem sollte neben dem Sachverständigenrat wissenschaftliche Politikberatung weiter institutionell verankert werden. Weitere Gremien, die zum Beispiel auch nach dem amerikanischen Vorbild des Council of Economic Advisors enger mit der Regierung zusammenarbeiten, wären eine Möglichkeit. Darüber hinaus sollte die Beratung möglichst interdiszipliniert stattfinden, also nicht nur rein aus ökonomischer Sicht betrachtet werden. Des Weiteren könnte eine Balance aus modellhafter Grundlagenforschung und Praxisnähe und politischen Alltag eine gute Basis für wissenschaftliche Politikberatung bilden. Insgesamt können wir festhalten, dass grundsätzlich wissenschaftliche Politikberatung stattfindet. Der Umfang könnte jedoch deutlich erhöht werden und die Inhalte vielschichtiger werden. Kompromisse aus wissenschaftlichen Grundsätzen und politischer Anwendbarkeit könnten der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch das Thema etwas näher bringen. Für weitere Themen schaut euch gerne die anderen Videos auf unserem Channel an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!